Was hat eine Rose mit diesem Land zu tun? Bleib definitiv bis zum Ende dran, denn dann weißt du es. Außerdem, welcher Farbton ist hier wohl entstanden? Inzwischen weißt du ja schon, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist. Aber Graufarbtöne gehören auch dazu. Naja, um ehrlich zu sein, es ist ein gräuliches Grün. Der Name des entstandenen Farbtons ist eine genaue Übersetzung von Minze. Es ist... Mint 10. Du fragst dich jetzt sicherlich, hä, woher bekomme ich diesen Farbton her? Wir bieten alles rund ums Thema Farbe an. Außerdem kriegst du auch diesen, sowie weitaus über 1000 verschiedene Farbtöne. Okay, was haben jetzt aber Rosen mit diesem Land zu tun? Dieses Land, welches ihr in den Kommentaren natürlich erratet habt, ist einer der größten Produzenten von Rosenöl weltweit. Kommentiere jetzt. Welches Land sollen wir als nächstes dran nehmen?